Hallo und willkommen zurück zur Münster Hunter Welt. Hast du mich jetzt angesehen? Ja, sehr cool, Siri. So, Herbst-Ernte-Gericht, gib mir die Kraft! Wie läuft die Hakt, fragt sie. Ja, nicht so gut. Na ja. Aber das ist positiv, Siri. Wir haben ihn umgebracht. Ja, das hilft mir nichts, wenn das Spiel das nicht so zählt. In Elden Ring hätte es funktioniert. Hä? Schmeißt du mich einfach raus? Ach so, warst du noch nicht fertig? Ich dachte, das hätte ich auf grün werden sehen. Dachte ich eigentlich auch. Ja, warst du? Machst du halt ne Sekunde zu viel vielleicht. Hat das Spiel da nicht gemacht. Ah, gut. Ok, bin unterwegs. Gehen wir schon mal zur Truhe. Dann machen wir schon mal 5. Ja. Ja, da kommst du doch. So. So. Der buscht. Oh, Siri! So, nehmen wir das da mit. Nehmen wir... Keine Ahnung, essen wir den noch? Warum nicht? Ist hier oben ein, ich auch ein Stein. Ah ja, perfekt. Dann hab ich gleich rein. Ach, jetzt ist der gleiche. Ach, jetzt ist der gleiche. Das ist ja schon da. Ja. Hat auf uns gewartet. Scheinbar. Hat gehofft, dass wir nochmal reingehen. Geil. Das ist gut. Dann gebraucht. Ey, du komm mal her. Ich treff das scheiß steinig, weil er im Weg ist und das Ding auch auf ihn zielen will. Ach so, ich war nah genug dran. Okay. Ich dachte, er muss sich nochmal bewegen. Also, hat getroffen. Ach man ey. Prall ich einfach an seiner Brust. Ach man ey. Prall ich einfach an seiner Brust. So ein Hüten. Ist auch gut, dass er die Pulver benutzt. Keiner von uns hat. Oh shit. Ich muss weg. Wie die keiner von uns hat, was? Ja, ich benutze ja die Samen. Er hat Pulver draus gecraftet. Ich weiß nicht, ob beides deckt, aber wenn wir es nicht gleichzeitig benutzen, ist es auf jeden Fall sinnvoll. Weil es ja nur 20 Sekunden oder 30 hält. Ich muss das irgendwann nochmal lesen. Es gibt mehr Samen als Lebenssamen. Oder Lebenssamen, ja. Mehr Pulver als Lebenspulver. Ja, einen temporären ATK beziehungsweise Defense Boost gibt es halt auch. Okay, er ist schon wieder auf ihn drauf. Ob er hat Ausdauer. Äh, ich kann ihm theoretisch Ausdauer geben, wenn ich welche hätte, aber ihr habt alle eingepackt. Ich hab kein Fleisch mehr. Er wechselt schon Gebiet. Okay, der Ausdauer wieder ab. Sehr schnell, wie er ins zweite geht. Ja, nochmal. Ursprünglich hatten wir es ja glaube ich auch, dass er hier drin die Attacke macht. Aber ich glaube wir machen einfach zu viel Schaden. Denkt einfach aber auch an seinen Schweif, ne? Also machen wir das mal nochmal vorher, bevor ich es irgendwie dann engage habe. Ich sehe es auf jeden Fall positiv. WTF? Ey, ich sehe ihn nicht mal. Ja, okay. Greif doch mich an. Wenn ich den Zornado von Leibe... Hä, da stand ich doch gar nicht, als er... Ja, okay, schon mal. Das da rein, dann den Lebensrettermantel anziehen. Und das da auswählen. Oh nice, er ist rauf. Okay, er hat schon wieder einen Stein platziert. Wie kann sein Bauch so hart sein? Was... Okay, bisher haben wir einen Felsen. Merkt euch, wo er ist. Man sieht ihn auch auf dem Weg. Ja, hinter mir. Oh nice. Es geht echt schnell. Ja. Ich habe sonst Teilebrecher. Oh, okay, wir kriegen noch einen Felsen. Hier hast du die 30%, weiß nicht. Okay. Und das war ein Horn. Ja. Okay, wir kriegen sogar noch eins. Und wenn das ziemlich an der Band ist, weiß nicht, ob das nutzbar ist. Okay, ich glaube, er macht es. Ja. Oh nein. Oh nein. Okay. Ich bin mir gerade auch nicht sicher. Okay, wir haben es alle überlebt. Ihr seid beide drüben angekommen. Das ist gut. Dann nehmen wir den Schwanz mit. Oh, meine Güte. Vier. Mein Herz. Vier und sechs. Für ein Smiley. Bärmau-Schwanz. Das sehe ich auch so. Schöner Satz dabei. Ey, ich habe sieben geklickt statt sechs. Ey, krass. Was machen wir denn fertig? Ey, ich habe... Okay, da kommt alle her. Ich habe Drachenkapseln. Was auch nicht. Wir haben doch Steine. Hä? Hä? Das kann er auch? Ich weiß nicht, wie das passiert ist. Was hat er getan? Das hat er bei mir vorhin auch gemacht. Bluten? Hä? Als er seine Handgriffs-Compo haltet, dann hat man geblutet. Ja, ich bin auf einmal in seiner Hand teleportiert. Ja, genau! Ich habe es nochmal ihn angegriffen. Achso, du teleportierst dich? Ja, eigentlich soll man sich nicht teleportieren. Hält dich fest, Cursing. Und zieh dich rum. Okay, gib mir einen Stein. Ich blick mal hier hin. Auf den Berg. Ob das eine gute Position ist. Ich glaube, das ist... Oh, also ich kann mich irren, aber das... könnte Alladrian-Insektenklebe sein. Ich bin mir visuell nicht sicher. Ich habe es dir noch nie gesehen. Ich würde ihn gerne anklicken, bevor wir hier fertig sind. Das mache ich am besten, wenn wir... Ihr wechselt nochmal Gebiet. Ja. Au! Der tut weh, wenn er trifft. Äh, ich trinke mal was für euch, Jungs. Hier oben ist auch ein Gesundheitsbooster. Ja. Und ihm? Ist einer der Gesundheitsbooster? Also, ich habe ihn, wie gesagt, eine ganze Aufmerksamkeit. Gut. Ist der Gesundheitsbooster schon weg, oder... Margarina gar nicht dorthin gegangen? Margarina. Steigen wir nicht. Ich heige dich mal nochmal. Oh, das hat ihn gestellt. Ja, doof. Diamantzaam aktiv. Machtzaam aktiv. Megatran. Oh, der ist wütend auf ihn. Oh, der ist wütend auf ihn. Okay, da ist ein Stein. Weil ich glaube, ich habe vergessen, den Schwanz zu looten. Oh, er ist schafft. Wo war der? Ich habe vorhin geredet, da ist die Schwanz geholt, aber ja da hinten. Oh, noch ein Stein. Oh, zwei Steine. Sehr schön. Jetzt haben wir jetzt vier. Oh, drei. Wir werden vier. Ja. Wird schon. Wird schon passen. Au. Okay, er macht die Combo wieder, wo ich ihn feststelle. Ich war da eigentlich auch schon gespannt drauf, dass der Scheiß anfängt. Ich heile euch mal noch, solange ich die erste Hilfe übrig habe, kann ich das spammen. Ein bisschen duken. Wenn die Blutung aufhört. Jeden Moment. Jeden Moment. Oh, shit. Steht schon. Oh, echt? Oh. Aber nicht der, auf den ich geguckt habe. Ja, das ist mal wer da hinten war. Äh, was solls. Er möchte wohl noch ein bisschen gedamaged werden. Anscheinend. Oh, shit. Oh, ich möchte auch nicht so weit lenken. Ja. Verstehe. Aua, aua. Ach, natürlich. Äh, das habe ich jetzt. Ja, toll. Nein, er ist nur wütend auf mich. Äh, hier ist ein Gebüsch. Mal schauen, ob das funktioniert. Okay. Ich bin nicht mehr da. Er sucht mich wirklich, glaub. Haha. Geil. Ich hoffe, er ist nochmal drauf. Ich warte, bis die Blutung weg ist. Okay, ist erledigt. Hier, Bombenkapsel, da bin ich. Hallo. Oh, weiß geworden. Äh, kein gutes Zeichen. Ja. Ja. Okay, ich bin jetzt am Felsen. Ist er anders hin? Okay, ich weiß nicht wo er war, aber er hat auf jeden Fall überlegt. Der war gar nicht hier auf der Karte. Er war ganz weit weg. Ganz weit weg. Vielleicht ist er zum Schwanz gegangen. Oder ins erste Lager zurück. Ja. Ne, ich glaube, er teleportiert einfach zurück ins Lager. Nein, gut. Das kann man auch machen. Feinbar. Hab doch gar nicht irgendwo gelesen, Teleporter mitnehmen. Ist eine Taktik oder so. Oh, oh. Hey, warte. Ich habe den Schwanz gelootet. Ich kann ihn nicht looten. Ich glaube, er macht es einfach vorher. Ja. Ich habe nicht drauf geachtet, wann er weg ist, aber er war auf jeden Fall. Vielleicht war er schon eine ganze Weile weg. Ja. Ich habe keine Ahnung. So ziehen wir das an. Na ja. Ja, gut. Der Mantle hat alles aufgehalten davon. Das heißt, wir sind jetzt noch ohne Tode. Ja, das können wir ja quasi nicht verlieren. Ja, außer wir sterben. Also alle drei sterben. Ja. Das wird sicher nicht passieren. Jawohl, wir hoffen. Was hängt da eigentlich an den seinem Fuß? So ein Ding. Ich vergesse immer, wie es heißt. Ach so, nee. Das ist von der Sektenklebe, glaube ich. Oder? Ich dachte, das wäre immer noch so. Oder ist das von dir jetzt so an? Das ist von mir. Wenn da Sachen explodieren, macht das nochmal extra Schaden. Ach so, warte. Das ist dein Schuss-Ding. Ja, ja. Das stand gerade. Wir waren fest. Das ist ja bei dir so aus. Vielleicht ist es anders, je nachdem welche man nimmt. Oh shit. Ich heile mal jemanden. Wenn ich hier rauskomme. Ich bin Nein, ich bin Sophie. Man kann nicht zum Glück gehen, bitte. Alter hast du es gerade auf mich abgesehen, Numberia, wie , wie. Äh, der Kopf ist gerade kein Schwachpunkt. Zeit, dass sich mal einer dranhängt. Okay, nochmal. Okay, ahm. Ich muss jetzt die Lebensruhe noch mal sehen. Ich weiß, wir sind drauf. Okay. Ah, er will zu mir. Okay. Okay. ... ... ... ... ... ... Das ist ja kein Tension-Side Ok, jetzt haben wir den Fels Ja, mitten im Donado ist es nicht gerade der beste Fels Ja, der wird schon wieder weggehen, der Donado Naja, wir kriegen mindestens ein, zwei, bevor der noch was kommt Ja, hier ist einer, direkt auch mit drauf Ok, macht's haben Etwas extra Damage Geht da eh schon wieder, naja Alter, hat der Wir gehen die Tränke aus, die 50-50 Schaus hat mich echt oft verlassen Er würde mich in die ganze K.O. hauen Könnte ich überstehen Er kann sie nicht bewegen Ach, hier, da bist du Ich habe ihn mal angewiesen Bedingt Ah, sehr gut, euer Lebensstab war sehr passend Ah, scheiße, soviel zu dem Fels Warte, hier ist ja immer noch ein Wind Ist ja auch ein Lebensstab Ist überall Wind, Mann Soll ich nicht hingehen? Ja, ist eben das Ah, jetzt ist aber... Okay, das ist jetzt mein zweiter Lebensstab Ich hoffe, er hält durch ald Oh Oh, ich hoffe, er macht jetzt einen Move noch ein letztes Mal und danach können wir gechillt fertig machen marcarina halte ich bitte selbst okay das ist unser einziger feld glaube ich ziehe mich zurück ins gern okay du das jetzt kommt er ich habe das funktioniert so ich fühle mich hier überhaupt nicht wohl muss ich sagen nein natürlich okay ich habe überlebt und er ist tot nice wo ich gerade im camp sind drin saß aber das funktioniert wirklich so denn ist wo warst du hat war da noch ein zweiter feld auf der anderen seite also ich war quasi unten zwischen den felsen und der wand so da gab es noch das war wirklich eng ich bin echt froh dass ich das überlebt haben wir gar nicht gesehen ich stand oben haben gedacht ja also die halbe deckung muss jetzt reichen aber nein natürlich nicht naja egal ich stand warte wo war der felsen irgendwie hier so an der wand ja nicht hoch geht ja gut dass du unten geblieben ist ich glaube ich hätte noch einmal lupen dürfen nein ja das könnte sein aber ja ich glaube ich glaube das hat ihm selber auch nicht getan weil er weiter drüber das ist es ist so der finisher ja so wenig ich nehme euch mit ins grab das feldteam hat sich am haupttor versammelt sieht aus als noch die etwas angenehmer an den bald aufbrechen ja Vachia. Hey! also zum schmieden Rüstungen Ah ja genau hier war nichts mehr Genau hier haben wir Ah ja Sieht man die dann automatisch aus Ach zieht man sie mal neu aus Und nicht dass die selbe Rüstung sich selber überlebt Das wäre weird Ah Dekorüstung So ein bisschen tun wir da Die Krill So wir ziehen die Krill aus Und dann ziehen wir die richtige Krill an Komplettes Rüstungsset Genau Dann Ausrüstung augmentieren Dann augmentieren wir die Krill Rüstung Dann Ausrüstung verbessern Okay ich sehe die Dekorüstung noch nicht Wir müssen den AT töten Ja wahrscheinlich braucht man Tickets für jede andere Dekorüstung auch Aber dafür erfasst jeder andere So wie viel kommt denn die auch auf 90 Armour Oder ist die in Iceborne nicht mehr vorkommen Also habt ihr Lust auf drei Drachen Letzte Quest bevor es ins DLC geht Oder wollen wir Corekeeper spielen Können das jetzt auch zu Ende bringen Richtig so Ganz ehrlich so schlimm können sie ja nicht sein Okay warte mal was ist denn das Ich glaube ein Kuschala war dabei Nur seine Rüstung schützt gegen sein Seine Aura Was ist denn der Verwundbarkeitszeitraum Beim Haus Ja gibt es zwei verschiedene Das ist jetzt auf Stufe 5 mit der Rüstung Und die Rüstung als Superwaffe Göttliche Segen Interessant Ich nehme bin sicher mit Okay Ausrüstung verbessern Also was muss ich denn jetzt nochmal verbessern Das 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 Ach so da drin sind die drei Aber das sind ja normale Oder das sind ja keine Dinge Das sollten ja nicht so ein Problem sein Oder oder Also es sind glaube ich schon hergehertete Aber nicht AT-gehertete oder So war das Ja normal Nur ganz normal gehehertete Das 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 Da kann ich wieder eine random Waffe bauen Das war mein Plan Okay ja den Waffenbaum habe ich auch für dich So bei dem Waffenbaum war ich doch oder Genau aber die kann ich nicht bauen Weil ich noch ein Nergile Steine brauche Kann ich irgendwas anderes an dem Baum bauen Na und die brauche ich was von Valasarg Und die brauche ich was von dem da Die brauche ich kehren Den Waffen wollte ich ja nicht bauen Warte kann ich die bauen Oh bitte sagen mir dass ich die bauen kann Bitte sagen mir nicht dass da derselbe Kopf drin steckt Wie in der anderen Rüstung drin steckt ist Nein Der uralte Waldschradschede steckt auch in der Waffe drin Und ich habe einen bekommen von denen Toll Ja Ein andermal Ach so viel Stern Waffe Aber es hätte auch so gut gepasst Ach man Das 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 Kann ich dich bauen Nein Kann ich dich bauen Auch nicht Auch nicht Ich könnte dich bauen Aber eigentlich will ich die anderen Waffen erst machen Weil das noch so blöd ist Oh Und ich kann ich nicht Denkenschen weil ich keine Dinkenschen habe Okay Schauen wir uns dann mal die Akton aus Rüchte was ich abgüren kann Ah ja Nehmen wir das Verteidiger Wo ist denn das Da Genau Genau das habe ich gemacht Das ist auch Der Polyga hat jetzt auch nichts mehr Neues Der Kurzemantel hilft aber wahrscheinlich Kinko Schrauber Okay warte mal Was brauche ich Ein Ohrstöpsel Zwei Stück Äh was ist Konstitution Pauschale Ausdauerverbrauch Das ist glaube ich nicht so wichtig bei der Waffe Ah ok Tun wir mal das übliche rein Gibt auch noch ein anderes Also eins davon Konstitution beeinflusst glaube ich Rennen Verschlingen Und Diven Aber es gibt auch noch eins für Ausdauerverbrauch bei Angriffen Das sind separate Skills Also ich bin an sich Ausgestattet Ich lese mir mal noch schnell durch Wenn ich hier Pulver Mysteriöses Pulver Ja gut Ingame steht natürlich gar nichts dazu Pulver darf man aber auch nur drei mitnehmen Samenzähl Ich bleib bei den Samen weil davon habe ich über 1000 Man, wo ist Welsenfels, bin ich über blind Fähigkeit Das ist sehr schneller Warum sind nicht alphabetisch sortiert Die sind ja auch nicht alphabetisch sortiert Oh warte mal Bei Tab steht so Nein ich kann nicht alphabetisch sortieren Warum kann ich nicht alphabetisch sortieren Ja Das sind alles zwei Ja Okay Nehmen wir erstmal nochmal verschlingen So wo ist jetzt Welsenfest Oh es ist Mitternacht Feuerwerk Das war ein Kürbis Oh ne Spinne Oh da muss ich eins aus dem anderen raus Ne Und da war einfach keine extra Ja okay Nehmen wir eins da raus Oh ne Ich kann die Lebenskraft ja gar nicht mitnehmen Dann Na gut Okay Okay das ist das was ich will Ja würde er da mal sagen Wir hatten nicht vergessen Und ciao Oh Okay das ist das was ich will Ich will